Leute, wie startet man so ein Video? Ich will jetzt vorab sagen, heute ist der 1. April, das ist jetzt kein April-Scherz, wenn man denken könnte auf diesen Titel. Aber ja, ich hab mal hier für das Video dieses Ambiente genommen, weil so könnte man denken, wir haben so ein Face-to-Face-Gespräch, so. Ich würde am besten, oder am einfachsten auch für mich, als Risen 3D-Rinner, die ich immer nutze zum Cutten, so. Also, ja, ist irgendwie schon der zweite Versuch, dieses Video aufzunehmen, weil ich nicht genau weiß, was ich so sagen soll. Ich hab ein paar Ideen, so, was ich so sage, über was ich für Themen reden möchte. Aber wie ich das jetzt alles gestalten möchte, ja. Es stimmt, Leute, das wird jetzt mein letztes Video und ich werde aufhören mit diesem Kanal nach 6 Jahren. Bin ich da um 5 Jahren, mache ich Aktiv-Videos. Ja, höre ich jetzt mit diesem Kanal auf. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was ich sagen soll. Also, ich hab jetzt 5 Jahre lang Aktiv-Videos gebracht. Das hat mir auch immer so ein Rhythmus gegeben, aber seit längerem hab ich auch, seit Jahren schon, hab ich so richtig keinen Bock mehr auf Videos, so. Ja, ich hab's halt primär gemacht, weil, äh, es hat mir halt immer so ein Rhythmus gegeben. Und ich hab mich auch nie richtig getraut, so aussprechen und es zu tun, aufzuhören. Was halt auch runtergezogen hat, man sieht's an meinen Videos, ich hab halt sehr wenig Kommentare, Likes, Klicks, so. Sehr wenig Interaktion mit der Community. So hat man das Gefühl, dass so, ich hab halt 1500 Abos, davor so ein Viertel guckt gefühlt meine Videos. Ja, ich weiß euch, dass ich, äh, Speed, also Modpacks machte, da hab ich sehr viele inaktive Zuschauer. Meine Hoffnung war, wenn ich das gemacht hab, dass ich halt auch Zuschauer mich finden können, die mein Content feiern und so durch Chaos-Videos, weil ich ja ein ähnlich Content mache. Den ich auch früher, in dem Alter für die Zielgruppe ist, auch sehr gefeiert hat. Man entwickelt sich auch weiter, man, das heißt ja, wenn man kein Bock auf das Ganze halt, macht man halt, und was, worauf man Bock hat, hab ich versucht zu machen. Ich hab versucht, Games zu bringen, also auf die ich Bock hab und so mehr, oder so Sachen. Kam mir zu suboptimal an bei der Community, dann verfällt man halt immer wieder an die gleichen Monster. Also ich bringe Serien, Trolling-Projekte in meine Story-Serien und dann halt immer wieder gleich mit dem Spiel ganz okay ankommen. Ja, ich hab auch über die Zeit immer mein Cutting-Stil verändert, weil man auch sich weiterentwickelt und so, Leute. Und dafür die Mühe, die ich halt in die Videos reinstecke und dann dieses Feedback von den Leuten bekomme. Ja, es war cool, dass Leute, wenn ich Kommentare bekomme, primär Leute das gefeiert haben, aber so, aber so richtig, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr wisst, was ich meine, so, sondern so zurückbekommt. Das ist jetzt bei anderen YouTubern, die kleiner sind als ich. Halt, besser zum Beispiel Paul, mir geht's ja auch alles ab, ist halt nice, so, ich möchte jetzt auch nicht jealous sein. Bei ihm läuft's gut so, find ich jetzt schade, dass es bei mir nicht so ist, aber ja, Leute. Und, ja, ich hab mir jetzt schon so Anfang des Jahres oder so dann richtig überlegt, ja komm, hör ich auf, ich hab schon länger mit dem Gedanken gespielt und so. Aber ich wollte jetzt auch nicht wie, ähm, Leo oder Fabi sein oder andere YouTuber, die einfach zack, Kanal, äh, weg, alle Videos offline so, keine Videos mehr aus dem Nichts und dann kein State mitgeben. So ein Move wollte ich nicht machen, das mach ich halt selbst bei YouTubern nicht. Ich wollte halt so alle meine Hauptserien, wichtigen Projekte zu Ende bringen, da hat mein Border-Tod gut gepasst, der war jetzt nicht gestaged. Ich bin wirklich gestorben, weil ich unfähig bin einfach. Ja, Knochensäger hab ich dann, so, es war gut, dass ich in der Zeit das gefasst hab, weil so konnte ich das dann, äh, die ganze Serie auch schön zu Ende bringen mit, ich hoffe, einem Ende, dass man verstanden hat, dass das so paradoxmäßig sein soll und alles wieder von vorne startet, so. Und ich hab die Projekte so offen gelassen, dass man halt immer noch anknüpfen könnte in der Zukunft, weil man sagt auch immer, say never never und es kann sein, dass ich irgendwann wieder zurückkomme, weil ich wieder Bock hab, diesen Content zu machen in ein, zwei Jahren oder so. Oder ich mach irgendwas Neues, zum Beispiel im Sommer könnte es sein, dass ich spezielle Werkbank besuche. Vielleicht kommt dazu mal irgendwas oder ich entscheide mich plötzlich, ja, ich mach jetzt TikToks, keine Ahnung, ja, ich hab keinen Plan, was an die Zukunft kommt. Auf jeden Fall hab ich mich jetzt mal dazu entschieden, mit YouTube aufzuhören, es kann sein, dass irgendwann in der Zukunft doch wieder irgendwas hier auf den Kanal kommt, könnt ihr ja gern mal, äh, einfach, wenn ihr abonniert habt, bleiben, müsst ihr jetzt nicht deabonnieren, ihr könnt aber auch gern deabonnieren, keine Ahnung, ich werd auf jeden Fall alle Videos online lassen, weil ich selbst nicht mag, wenn man jetzt so Nostalgie-Flashbacks hat, wenn Videos kurz weg sind und so. Na Leute, ich hab gar keinen Plan, dass ich so richtig sein soll, ich glaub, ich hab einmal die wichtigsten Punkte gesagt, ich werd locker bei jetzt Projekten, Community-Projekten von Luca noch dabei sein, wenn er streamt, werd ich safe noch irgendwo dabei sein, oder Paul, wenn er jetzt Border 4 macht, oder auch wieder so ein Projekt oder ein Science Stream, werd ich auch vertreten sein, Leute. Also, ich werd noch da sein, aber halt auf meinem Kanal keine Videos mehr produzieren und so mal. Jetzt hab ich auch mein Leben, so. Ich hab jetzt so fünf Jahre richtig YouTube geopfert, eigentlich war mein erster Hauptgrund, ja. Ich möchte halt Leute unterhalten und so und hab Bock auf Gaming-Videos, YouTube, so. Das war aber noch, äh, früher mein Mindset. Na, ich wollte immer Leute unterhalten, so, aber dann hat man irgendwann die Zahlen, haben auch die Zahlen einen beeinflusst und so. Gedacht, ja komm, ich muss mehr Zahlen hier, höhere Zahlen. Niemand, der sagt, ja, mich wird Einfluss zahlen, so, das ist eine Lüge. Man guckt immer auf die Zahlen, indirekt wird man immer von dem beeinflusst, auch wenn man es nicht möchte, so. So, das wird jeder, so. Man versucht, es zu gibt, es geht nur zu ignorieren, aber man wird halt indirekt immer von dem Zahm beeinflusst, was halt auch einen dann ein bisschen runterzieht, so. Ja, und dann halt, äh, sieht so wenig Kommentare und so wenig Kicks auf Videos, auf die Arbeit, die man steckt, so. Ja, das zieht einen auch mega runter und alles. Ja, ich merk auch schon wieder, wie ich mich, äh, mit einem Themen und so, ähm, wiederhole. Ich würde aber sagen, wenn ich dieses Video feiert, dann lass ein Like da irgendwie. Abonnieren, zu sagen, wie jetzt alles wird, so, bei diesem letzten Video. Ja, könnt einfach mal gerne abonniert bleiben. Schaut auf jeden Fall bei Paul Stuka vorbei, äh, auf deren Kanälen. Da will ich dann locker vertreten sein, wenn ihr davon noch irgendwas von mir sehen wollt, Leute. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum letzten Mal, bis zwei, dann lass noch ein Like da und kein weiteres Video zu was abonnieren. Und sonst sage ich nur, ciao, Leute. Wie? Wie?